Hallo Leute und herzlich willkommen zu unserem Video. Was machen wir denn heute? Fortnite spielen. Genau. Wir sehen mal diesen Slouch-Schuss. Ich hab nämlich hier ein Curb in der Hand. Ich hab das aufgenommen. Und das Curb, oder? Dann machen wir mal zum Curb. Ist das aufgenommen? Ich hab dafür gekämpft, aber... Wer ist tot? Hm? Du bist ja tot. Genau. Das ist gut. Ein Zweigelgen und gestorben. Ich werde erst erstmal entgegnen, wenn sie mich einfach so gewinnen lassen würden. Denn ich hab ja kein Team-Welt. Genau. Das wäre fair. Findest du auch? Ja. Mhm. Du kannst wieder kein Curb mitnehmen. Oh. Ich bin schlecht. Ich bin so schlecht. Tut mir leid. Hat keiner gesehen. Okay. Die sind gerade beschäftigt. Die Gegner. Also die Zuschauer, die schauen mir doch gerne zu. Ja. Und er fällt nichts. Schauten wir doch ein bisschen. Eieieiei. Oh man. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Das ist ein Sveti im Fall. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. ... Das ist noch hier. Was ist das? Was ist das? So, die hat er. Das ist viel zu OP, der ist viel zu stark. Das ist wirklich das erste Game. Und schaut auf jeden Fall auf unsere Website vorbei. Da erklären wir euch, Lars. Gibt es ein paar Tipps für Grafikeinstellungen vom PC, wenn man ein PC hat zum Spielen. Bei Playstation 5 oder so, da gibt es eigentlich nichts einzustellen. Da schaut die Grafik richtig genial aus. Genau. Bye-bye!